Hallo, der Hedge kommt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und zwar heute einem Lost Place Video. Zwar sind wir in Schweden auf einem Autofriedhof und ja, ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit und wir gucken uns die ganzen Autos an, die hier rumstehen. Hinter mir sehen wir schon einige Autos und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Bis zum nächsten Mal. 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 So Leute, und zwar waren wir jetzt einmal hier über den ganzen gesamten Platz gelaufen. Es waren mehr Autos, als ich erwartet habe. Es waren 200, 300 Autos oder mehr. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck davon bekommen. Über die Bilder ist es leider kaum rüberzubringen, wie gigantisch dieser Platz hier ist. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao.